Irgendwas Merkwürdiges passiert gerade mit Assassin's Creed Shadows, PlayStation kündigt neue Spiele und ne Menge Remasters an und Stellar Blade wird verklagt, weil es ein Filmstudio aus dem Internet verdrängt hat. Hossa Internet, ein Sorry an alle Michael Obermeiers, die ich aus dem Internet verdrängt hab und jetzt geht's los mit den News am Mittwoch. Was ist da nur los bei Assassin's Creed? Denn eigentlich soll der nächste Serienteil Shadows ja am 15. November erscheinen. Jetzt macht Ubisoft aber selbst einen auf Ninja und versteckt das Open-World-Spiel. Denn zum ersten hat Ubisoft überraschend seinen Tokyo Game Show Livestream abgesagt, in dem unter anderem auch Shadows prominent gezeigt werden sollte. Zum zweiten berichtet es die Website Insider-Gaming.com, dass Ubisoft auch eine bereits mit mehreren Magazinen vereinbarte Presse-Preview auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Solche Vorschau-Events werden immer mal wieder verschoben, so kurzfristig und mit dem Zusatz auf unbestimmte Zeit ist aber schon verdächtig. Zum dritten hat IGN China ein Vorschau-Video zu Shadows veröffentlicht, das einen Sims-artigen Basis-Bau-Modus im Spiel zeigt. Sollt ihr euch komplett frei im Hauptquartier basteln und das dann individuell dekorieren können. Dazu wechselt das Spiel sogar in so eine Bauansicht mit Cursor und verschiedenen Möbel- und Gebäudeteilen. Eigentlich ein cooles Feature, nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung hat man das Video aber ohne Angaben von Gründen wieder gelöscht. Offiziell hat Ubisoft nichts bestätigt, wir können also zu den Gründen nur spekulieren. Das Ganze lässt aber zwei mögliche Schlüsse zu. Erstens, es gibt neue für Ubisoft unangenehme Entwicklungen in der Kontroverse um die Darstellung japanischer Kultur in Shadows. Was Ubisoft mit der historischen Genauigkeit nämlich nicht so genau nimmt, werfen Kritiker dem Publisher mangelnden Respekt vor. Ubisoft sagt dagegen, Shadows ist ein Unterhaltungsprodukt und das liege alles im Rahmen der künstlerischen Freiheit. In so aufgeheizter Stimmung eine Präsentation auf Japans größter Spielemesse zu geben, könnte also schwer nach hinten losgehen. Nur… warum dann den ganzen Livestream absagen und nicht nur Shadows weglassen? Oder… Zweitens, das Ganze hat nichts mit japanischer Kultur zu tun, Ubisoft plant aber aus anderen Gründen eine Release-Verschiebung, will die aber noch nicht direkt kommunizieren. Noch ist alles offen, sobald wir was Neues dazu erfahren, seht ihr es natürlich hier in der Sendung. Gestern Nacht hat Sony in einem State-of-Play-Livestream allerhand Neuigkeiten zu kommenden Spielen verraten. Extra dafür aufzubleiben hat sich vielleicht nicht unbedingt gelohnt, es gab aber dann doch die ein oder andere Überraschung. Zum Beispiel Ghost of Yotai, die Fortsetzung zu Ghost of Tsushima. Die kommt auch von Sucker Punch, übernimmt diesmal aber nicht mehr Jin Sakai, sondern die neue Heldin Atsu, die in der Region um den Yotai-Sun auf der Insel Hokkaido auf blutige Rache sind. Die Handlung spielt 1603 ungefähr 300 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers, man wird also bestenfalls noch die Nachfahren der Charaktere aus Teil 1 treffen. Atsu trägt genau wie Jin diverse Schwerter, kann jetzt aber sogar zwei Katanas gleichzeitig führen. Sie hat außerdem auch wieder ein Musikinstrument, das ist aber keine Flöte, sondern ein Shamisen, ein traditionelles Saiten-Instrument. Noch ist unklar, was man damit machen kann, die Flöte in Teil 1 hatte Jin ja benutzt, um das Wetter zu beeinflussen. Ghost of Yotai soll wieder eine große Open-World bieten, jetzt aber noch mehr Freiheit und Weitblick ermöglichen. Im Playstation-Blog erklärt Sucker Punch, dass das vor allem daran liegt, dass man Yotai jetzt exklusiv für PS5 entwickelt und nicht mehr an die PS4-Generation denken muss. Bisher ist übrigens nur eine PS5-Version für 2025 bestätigt, von dem PC-Release ist noch keine Rede, aber das hatte beim Vorgänger ja auch mehrere Jahre gedauert. Und dann eine Neuankündigung, die so gar keine Überraschung mehr war, Horizon Zero Dawn Remastered. Das war schon vor Wochen geleakt, ist jetzt aber offiziell bestätigt. Wie sinnvoll das ist, dass immer noch bildhübsche Zero Dawn nochmal für PC und PS5 zu remastern, dann weiß wohl nur Sony, mit der Überarbeitung sieht es dann aber genauso hübsch aus wie Forbidden West. Zusätzlich zur neuen Grafik haben die Entwicklungsstudios Guerilla und Nixxess außerdem über 10 Stunden Dialoge neu aufgenommen und alle Animationen überarbeitet. Zero Dawn Remastered soll nativen PS5 Pro Support liefern und unterstützt auf dem PC außerdem Nvidia DLSS 3 und AMD FSR 3.1. Wenn ihr Horizon 1 für PC oder PS4 schon habt, könnt ihr das für 10 Euro auf das Remaster upgraden und dürft sogar eure alten Save-Games weiter benutzen, ansonsten kostet die Vollwärme so 49,99. Unklar ist aktuell noch, ob man dafür auf dem PC wie bei God of War Ragnarok wieder zwingend nen PSN-Account braucht. Im Blogeintrag ist nun die Rede davon, dass ihr euch über das PlayStation Overlay Trophies anzeigen lassen könnt. Zero Dawn Remastered erscheint am 31. 30. Oktober. Und dann nochmal ne schöne Überraschung, die wir eigentlich nach den ganzen Leaks auch schon erwartet haben, Legacy of Cain Soul Reaver 1 und 2 kommen zusammen als Remaster auf PC und Konsolen. Dabei könnt ihr einfach auf Knopfdruck zwischen der alten und der überarbeiteten neuen Grafik hin und her schalten. Die bietet höhere Auflösung, bessere Performance, neue Texturen, Effekte und Modelle. Crystal Dynamics hat außerdem die Steuerung überarbeitet und ne Karte mit Kompass eingebaut. Außerdem gibt's auch nen Fotomodus und bisher nicht veröffentlichte neue Levels. Die Remaster-Sammlung, Soul Reaver Remastered, kommt am 10. Dezember auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Switch. Also eigentlich auf alles. Zwei Jahre lang haben wir nichts mehr von Hell is Us gehört. Zur State of Play hat sich das neue Spiel vom Deus Ex Human Revolution Art Director Jonathan Jacques Beltet aber mit einem umfangreichen Gameplay-Trailer zurückgemeldet. Im Actionspiel sollt ihr eine vom Bürgerkrieg verwüstete Welt erkunden, in die zusätzlich auch noch übernatürliche Monster eingefallen sind, die keine konventionelle Waffe verwunden kann. Deshalb kann nur euer Held mit einem Schwert und einer Drohne aus der Zukunft die Kreaturen aufhalten. Das Besondere dabei, in Hell is Us soll's keinerlei Questmarker, ne Karte oder nen Kompass geben. Stattdessen sollt ihr die semi-offene Spielwelt aufmerksam beobachten und müsst darin nicht nur kämpfen, sondern auch knifflige Rätsel lösen. Das Team von Rogue Factor will, dass ihr euch eure Antworten und Lösungen selbst in der Spielwelt sucht und will nicht alles auf dem Silbertablett servieren. Erscheinen soll Hell is Us irgendwann 2025 für PC und PS5. Zu Monster Hunter Wilds gibt's jetzt einen Release-Termin. Am 28. Februar startet die nächste große Monster-Jagd auf PC über Steam, Xbox Series und PS5. Dazu gab's auch schon nen neuen Trailer zu sehen, Capcom will jetzt zur Tokyo Game Show in den nächsten Tagen aber noch mehr vom Spiel zeigen. Von uns gibt's dazu auch bald ein Vorschau-Video. Und dann noch so ne Anti-Überraschung. Dass Pearl World auch auf die PS5 kommen wird, wussten wir durch diverse Leaks schon vorher wann aber eben nicht. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Also Pearl World gibt's ab sofort, auch für rund 30 Euro auf PlayStation 5 und das obwohl Nintendo das sehr großzügig von Pokémon inspirierte Monster-Kampf-Spiel gerade verklagt. Darüber hatten wir schon berichtet, interessanterweise geht's dabei aber offiziell nicht um Urheberrecht, sondern um die Verletzung diverser Nintendo-Patente durch das Studio Pocket Pair. Statt von dem Milliarden-Konzern klein beizugeben, hat das Indie-Studie in einer Stellungnahme aber angekündigt, das Ganze vor Gericht auszufechten. Noch gibt's aber keinen Termin für ne Verhandlung. Alle weiteren Ankündigungen der State of Playlist ihr übrigens hier in der Meldung auf GamePro.de. Aber wie fandet ihr denn die Show? Hat euch das überzeugt oder seid ihr von Sony enttäuscht? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Noch mal Rechtsstreit, noch mal Sony, diesmal aber wegen StellarBlade. Denn eine gleichnamige amerikanische Filmproduktionsfirma klagt jetzt, weil man sie seit dem Release des Spiels praktisch nicht mehr im Internet finden kann. StellarBlade, zusammengeschrieben aus Louisiana, erklärt in der Klage, dass man die Domain StellarBlade.com schon seit 2006 betreibe, jetzt aber vor dem wirtschaftlichen Ruin stünde, weil jegliche Suchergebnisse nur das Actionspiel von Shift Up und Sony zeigen würden. Das hieß ursprünglich mal Project Eve, wurde dann 2022 aber auf den finalen Titel StellarBlade umbenannt. Der Kläger und Inhaber der Filmproduktion, ein gewisser Griffith Chambers-Mahaffey, erklärt, er habe sich außerdem die Marke StellarBlade schützen lassen, wohl aber erst mehrere Monate nachdem Sony und Shift Up sich schon StellarBlade, auseinandergeschrieben, eintragen haben lassen. Jetzt will er nicht nur Schadensersatz und die Anwaltskosten, sondern fordert außerdem, dass Sony und Shift Up den Namen nicht weiter nutzen dürfen und alle Produkte, die das StellarBlade-Logo drauf haben, vernichtet werden. Achso, er behauptet außerdem, sein und das Shift Up-Logo von StellarBlade sähen sich zum Verwechseln ähnlich, weil da so ein stilisiertes S drin ist. Ja, viel Glück vor Gericht. StellarBlade bekommt übrigens einen Fotomodus und demnächst eine Nier Automata Crossover DLC. Wobei, wenn der jetzt vor Gericht gewinnt, muss der Film-Heini dann vielleicht das Crossover mit Nier machen? Ja, was weiß ich, ich bin kein Experte. Ich weiß nur, dass diese Sendung schon wieder vorbei ist. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert gerne den Kanal und gebt uns nen Daumen nach oben, wenn wir euch gut informiert haben. Die News gibt's wieder morgen mit der lieben Natascha. Bis dahin, weiterspielen!